Diese Episode wird euch präsentiert von LaPondo, dem Online-Shop für das ganze Apothekenteam. In dem breit gefächerten Sortiment voller liebevoll ausgesuchter Produkte findest auch du deine Schätze. Besonders heiß begehrt unsere Eat Sleep Pharmacy Repeat Kollektion, deren Beutel, Tassen und Flaschen bereits in vielen Apotheken ein Hit sind. Entdecke jede Menge Geschenkideen, moderne Designs und Produkte voller Apothekenliebe. Entdecke LaPondo. Das gesamte Sortiment und dein persönliches Kundenkonto erreichst du auf www.lapondo.de. Und mit dem Code WISSEN10 sparst du außerdem ganze 10% bei deiner Bestellung. Herzlich Willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Wellert und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast an den Tagen danach, möchte ich fast sagen. Patrick, wir sind immer noch beeindruckt von dem, was da so passiert. Nämlich erstens von unserer eigenen Veranstaltung, die noch immer noch Wellen hinterher schlägt. Das heißt also die Live-Veranstaltung mit dem BMG, mit Treuhand, Holger Seifert war dabei und viele mehr. Und wir müssen heute mal über diese Wellen danach sprechen, weil es war ja auch ab der Mitgliederversammlung, es gab dann ein abendliches Pressegespräch mit der Ankündigung, man würde jetzt doch was machen. Also nichts Genaues weiß man nicht. Und aber dann doch auch das ein oder andere Nebenereignis, was nach meinem Dafürhalten tief blicken lässt in die Abgründe der Berufsorganisation. Fangen wir doch zuerst mal an mit dem Nachklapp. Was ist los? Also in Hessen wurde ja demonstriert. Und wie war das? Wie war euer Eindruck? Ihr seid ja live vor Ort gewesen, habt berichtet darüber. War die einzige Demonstration an diesem Tag. Alle anderen haben gesagt, nee, machen wir nicht. Was ist da los gewesen? Also es war wieder auf dem Frankfurter Opernplatz. Es war sehr voll wieder. Es waren sehr viele Leute, denen das Bedürfnis war, das auf die Straße zu tragen. Es haben also sehr viele mitgemacht. Es war politische Prominenz da. Es gab große mediale Berichterstattungen. Also dieser Protest war auf jeden Fall schon mal im Sinne der Sache ein Erfolg. Das muss man mal sagen. Also 1.500 Leute waren wohl dort. Es hat die Fraktionen aus dem Hessischen Landtag waren vertreten. Die politischen Parteien haben gesprochen. Holger Seifert auch. Hat das Ganze eingeordnet. Die Leute haben im Kittel, in Apothekenmontur sozusagen mit Protestschildern und und und. In Hessen ja bereits zum dritten Mal demonstriert. Ja, abgesehen davon Apotheken an zwei Tagen geschlossen. Land auf, Land ab. Du hast die Medienresonanz angesprochen. Ich habe es mir selber mal angeschaut. Man kann das ja immer schön scannen. Und ich war ehrlich gesagt, ich habe gedacht, da würde nicht viel laufen. Ja, und stattdessen ist es überall gelaufen. Muss man wirklich sagen, BILD, ZDF, DE, ARD, Hessenschau, FAZ, Frankfurter Rundschau, Frankfurter Neue Presse, quer durch die Regionalmedien. Überall war von den geschlossenen Apotheken und 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 die Rede, aber eben auch von der Demonstration und den politischen Forderungen der Apotheken. Und damit wurde auch dieses Reformgesetz nochmal auf einer anderen Ebene, nämlich von der anderen Seite wahrgenommen. Das ist nämlich bisher, muss man ja sagen, nicht gelungen seit seiner Veröffentlichung. Von der ABDA hat es keine wahrnehmbare Replik in den großen Medien bisher gegeben. Ja, hat es ja sowieso noch nie. Also die ABDA-Pressekonferenzen waren ja zuletzt immer eher dünn besucht und auch dünn im Nachhall. Aber ich finde so als Journalist ist das ja durchaus interessant, dass da ein Lauterbach einen Entwurf vorlegt und die Apotheken ein paar Tage später auf der Straße sind. Also ich finde, das hat ein Narrativ. Das hat ein Narrativ. Das begründet auch eins nach meinem Dafürhalten. Ganz spannend ist, am Tag vorher hat ja die ABDA-Mitgliederversammlung stattgefunden und da ging es ja hoch her. Ja, also das ist ja nun, bitte? Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also der Herr Dobbert hat ja nun einen Brief geschrieben an die Frau Präsidentin und hat ja nun geschrieben, dass sie sich da viel zu lange mit ihren Tagesordnungspunkten aufgehalten haben. Das ist ja sowas, das müssen wir auch noch ein bisschen hinten anstellen, diese Strukturreform da ABDA. Also da kommt man ja gerade, das spielt ja im Prinzip im Moment gerade keine große Geige, aber das war wohl relativ lang ein Thema. Und dann ging es natürlich auch um den Entwurf, aber offensichtlich nicht zur Genüge. Also ich frage mich, ob es einer Strukturreform für eine Organisation bedarf, deren Verzichtbarkeit sichtbar geworden ist in den letzten Tagen. So deutlich muss man es mal sagen und damit meine ich nicht die Organisationen, die diese Organisationen ausmachen. Kammern, Verbände, jede für sich spielen, Rollen haben, Funktionen und die sind auch wichtig in den Ländern. Das hat übrigens der HAV gezeigt an dieser Stelle in Hessen, warum es solche Regionalorganisationen nämlich auch bedarf, um Ventile zu öffnen. Und natürlich auch, wenn der Auftrag ist, regional und landesweit und auch lokal mit Politikerinnen und Politiker in den Diskurs zu gehen. Und das ist ja die Aufforderung gewesen, auch nach dieser ABDA-Mitgliederversammlung ein weiteres Mal. Und das, was die Präsidentin auch in diesem wirklich traurigen Video vor zwei Wochen oder vor gut zwei Wochen ja auch gesagt hatte, jetzt müssen alle Apotheken, jetzt müssen, sie müssen jetzt da mit den Politikerinnen vor Ort reden. Genau, das haben die Hessen gemacht, die sind auf die Straße gegangen, die die Politik mit auf die Bühne geholt, haben die die Verantwortung genommen und haben denen gezeigt, Achtung, guck mal, was da vor euch steht. Da stehen 1500 Leute und die haben ein Problem und du kannst beitragen, liebe Politik, dieses Problem zu lösen. So, stattdessen findet... Und sie haben die Gesundheitsministerin noch eine Apotheke gehabt am Montag. Das muss man ja auch noch hinzufügen, also das ist ja nun auch nicht ganz unwesentlich. Ganz genau. Und jetzt findet eins statt, dann findet also diese ABDA-Mitgliederversammlung mit ihrer eigenen Agenda statt. Und es geht aber hoch her, rauf und runter. Erstens, da nicht dabei, am Anfang zumindest, der war nämlich im Studio von Apotheker ad hoc in Adlershof, der Holger Seifert. Er war natürlich trotzdem vom hessischen Apothekerverband ja Leute, man kann sich ja auch vertreten lassen. Das hätte die ABDA-Präsidentin ja auch machen können bei eurer Veranstaltung. Da hat sie sich entschieden, sich nicht vertreten zu lassen, sondern ganz im Gegenteil nicht da zu sein. Das ist aber eine olle Kamelle, weil reden wir doch mal über die ABDA-Mitgliederversammlung. Die ABDA sei gegrillt worden, es gibt ganz viel drumherum. Aber das war ja am Tag vorher und siehe da, am Tag danach werde, habe auch ich bekommen über einen Kanal, schreibt man auch mir und schickt mir ein Foto von der geöffneten Apotheke des hessischen Vorsitzenden Holger Seifert. Muss man sagen, ich glaube, im Frankfurter Hauptbahnhof. Und da weiß jeder natürlich, es gibt so Lagen, Flughäfen, Hauptbahnhöfe und so, deine Mietverträge sind da ziemlich eindeutig. Da kriegst du den Zuschlag nur, da musst du immer aufhaben. Das regelt nicht nur in dem Fall die Kammer und was auch immer alles, sondern es regelt auch deinen Mietvertrag, wie du dich zu verhalten hast. Sonst erzeugst du womöglich einen Kündigungsgrund. So, egal, aber was das Eigentliche ist, ich selber und viele andere, nennen wir uns mal Multiplikatoren und nicht InfluencerInnen, sind dann angesprochen worden und haben dieses Foto bekommen. Und dann ging es darum, aha, da streiken ja alle, aber ausgerechnet der Vorsitzende Seifert, der ja die Bühne sucht bei euch und, 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 der, dessen Apotheke ist auf. Und, und dann ist ja was passiert, Patrick, und dann habe ich schon da, habe ich auch gegen gehalten, habe ich geschrieben, also erstens, normalerweise beteilige ich mich an solchen Debatten nicht, weil die zu nichts führen. Ich halte das für Distraction, für Ablenkung, für Ablenkungsmanöver. Die finden eigentlich im politischen Diskurs zum Beispiel in der Lobbyarbeit statt, aber da stehen dann die Opponenten draußen. Also zum Beispiel Politik oder BMG gegen die Apothekerschaft, gegen Kammernverbände, die Abda, wen auch immer. Aber hier kommt es von innen heraus, wird es betrieben. Und dann ist was passiert, nämlich, dann hat tatsächlich, das kann man auch so deutlich benennen, die pharmazeutische Zeitung einen Beitrag gebracht darüber, dass der hessische Verbandsvorsitzende Seifert mit eben diesem Foto seine Apotheke geschlossen hat. Ja, und der Chefredakteur verantwortet diesen Beitrag. Noch dazu, aber auch, dem Vernehmen nach, auch in den sozialen Netzwerken wurde das natürlich geteilt, ja, maximale Aufmerksamkeit für diese Ablenkung. Und aber auch bei der, du sagst es, bei der Abda hat es ein paar Stunden drin gestanden. Also in der Organisation, wo der hessische Apothekerverband selber Mitglied ist, in der Organisation, wo sich die Hessen dann sagen, wir gehen auf die Straße, wir müssen auf die Straße, wir sehen das nicht deckungsgleich. Und auch der hessische Vorsitzende, der ja dann auch im Dialog und auch im Konflikt mit dem BMG bei uns vor der Kamera war. Und das haben mittlerweile ja tausende Menschen sich angeschaut im Netz und auch live. Und dann wird er an den Pranger gestellt. Ja, das ist ja übrigens nicht das erste Mal. Das gab es ja übrigens schon letztes Jahr im Herbst, als solche Manöver da gezündet wurden. Richtig. Störmanöver. Man fragt sich ja wirklich, warum. Also ich meine, das ist ja nun im Sinne der Sache. Man kann zu der Aktion stehen, man kann auch zu Holger Seibert und seinem Netzwerk und seinen Positionspapieren stehen, wie man will. Aber man kann doch nicht, wie nennt es sich das, Friendly Fire? Ja, Friendly Fire ist noch das Mindeste. Friendly Fire ist eigentlich versehentlich. Aber das ist genau nicht. Es ist eben kein Friendly Fire. Du hast ja den, das ist eher, ich frage mich ja nicht nur warum, sondern wer. Ja, also wer beauftragt das eigentlich? Das ist ja nichts, was irgendwie intrinsisch passiert, dass man da irgendwie am Rande der Mitglieder versorgt, dass man sagt, ja, müssen wir mal gucken, ob der auch auf hat, ob die da alle auf haben und, und, und. Natürlich wäre das eigentlich ein Thema. Die Frage ist nur, wann und in welchem Rahmen ist es ein Thema? Ist das nicht besser ein Thema, dann hinter verschlossenen Türen, dass man sagt, pass mal auf, Kollege, geht so nicht? Und dann könnte er sich ja verteidigen, könnte sagen, ja, aber dann fliege ich da raus mit meiner Apotheke. Dann sagt die Deutsche Bahn ja, da kannst du immer zumachen, gute Nachricht für dich. So, und da haben weder er noch, im Übrigen die Apothekerschaft, noch sonst irgendwer was gewonnen. Aber das Wichtige ist, Patrick, ich stelle die Frage, wer? Also, wer gibt eigentlich den Auftrag zum Abschuss oder für den Pranger? Wer hat den Auftrag gegeben? Hat das der Benjamin Rohrer alleine gemacht? Also sitzt da ein Kommunikationschef, der eigentlich in dieser Phase ja was ganz anderes zu tun hätte, nämlich Kampagnen machen und die Politik bespielen und aufs Gaspedal und Pressearbeit machen und, und, und. Und stattdessen, und das ist Distraction, Ablenkung, kümmert man sich, guckt man nach innen und sagt, so jetzt schließen wir die Reihen, indem wir einen anderen aufhängen, einen von denen und sagen, wenn ihr euch nicht alle versammelt, hinter der Gabriele und hinter mir in der Kommunikation und hinter dem Auptamt und, 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 dann seid ihr, dann machen wir das mit euch allen. Dann entlarven wir euch, womit auch immer, egal, zu Recht, zu Unrecht, was auch immer, aber dann machen die das. Und da wird Energie investiert. Da wird Energie investiert in dieser Zeit in diesen völligen Nebenkriegsschauplatz. Und wenn du dann noch bedenkst, dass ja die Frau Funke gerne auf die Bühne gegangen wäre als Kammerpräsidentin diesmal, weil ja Wahlkampf in Hessen ist und sie das nicht durfte, also man weiß wirklich nicht, was da gerade los ist. Nur deswegen wäre sie gerne auf die Bühne gegangen oder nur wegen Wahlkampf oder weil sie auch wollte? Weil sie wollte natürlich, weil sie weiß, was sie da gibt. Aber ich meine nur, also wenn sozusagen der Streik oder der Protest unerwünscht eigentlich ist, warum auch immer, also das ist ja wirklich die Frage, warum man dagegen vorgehen muss, wenn sich jemand bewegt und dann aber solche Manöver zündet und das ist schon alles sehr diffus gerade. Du musst in deinem Konzept, du musst eine Strategie haben, die so grandios ist und so erfolgversprechend, dass du alle anderen, also alle anderen, pass auf, bleib zurück. Ja, kommt uns nicht in die Quere, weil wir gewinnen. Wir haben die ultimative Waffe, wir sind aufgestellt. Nur die Abda-Mikida-Versammlung hat ja gezeigt, dass es das nicht gibt. Hat übrigens auch bei eurem Talk gezeigt, dass es das nicht gibt. Da war ja niemand, die Abda hat ja abgelehnt. Die wollen ja nicht reden. So, die haben anscheinend irgendein Mittel, irgendeine Geheimwaffe im Köcher. Benjamin Rohrer, Gabriele Overwiening, Sebastian Schmitz, wer auch immer dort. Irgendwer hat dort eine Waffe im Köcher, die wir alle noch nicht kennen, eine Geheimwaffe, die uns seit über einem Jahr übrigens vorenthalten wird. Ja, die weder den Entwurf verhindert hat, übrigens noch die Veröffentlichung, noch das öffentliche Bashing von Apotheke durch die Politik oder durch sonst irgendwen. All das konnte es nicht verhindern, weil vielleicht gibt es die Waffe auch gar nicht. Ja, ja, also weil du das gerade sagst, du hast ja gerade das Wort Ablenkung genutzt. Also genauso kommt es einem ja so ein bisschen vor, so wie jemand, der irgendwie vielleicht seine Rechnung nicht bezahlen kann, bis zum Schluss ja das für sich selbst leugnet und irgendwie immer wieder, ist alles gut, ist gerade hier oder gibt es gerade das Problem. Es ist ja auch so dieses sich echauffieren über diese FAZ, dass das durchgestochen wurde. Kann man ärgerlich finden. Dann hat der Müller von BMG selber gesagt, ist halt so. Also da kann man doch drüber stehen, wenn man inhaltlich was dazu zu sagen hätte. Naja, zumindest stand nach den Protesten in der FAZ, stand zumindest drin, dass die Apothekerschaft jetzt eine Gegenposition aufbaut und dass die demonstriert hat in Frankfurt und so. Also ich sage mal, unter medialen Gesichtspunkten war das jetzt alles in Ordnung, was da passiert ist. Die Leute sind ja auch dem Aufruf gefolgt. Ja, es müssen ja nicht immer 5000 Leute auf dem Opernplatz stehen. Wichtig ist, was passiert bei den Montagsdemos und so. Ich will es jetzt gar nicht sagen, nur das Verhalten der Abda offenbart mehreres. Erstens Schwäche, Schwäche. Wenn ich mich nach innen richte, wenn ich innen den Verräter suche und es gibt gar keinen Verrat. Es gibt ja keinen Verrat. Aber ich suche und tue so, als ob es da Verräter gibt, mit einer einzigen, erstens um abzulenken von eigenen Schwächen, von eigenem Nicht-Handeln und dass ich Handelnde diffamiere als diejenigen, die eine Gefahr darstellen. Dann habe ich ein Problem und ich sage, das sind Stasi-Methoden. Das sind Methoden, Unrechtsmethoden auf jeden Fall. Hier nutzt jemand seine Kanäle, die er hat, die ihm nicht gegeben sind, weil er da irgendwie so einen Unfug mittreiben soll, sondern die bezahlt werden von der deutschen Apothekerschaft, auch aus Hessen im Übrigen, um die eigenen Leute zu diskreditieren. Um andere, und nicht nur die, sondern auch andere mundtot zu machen. Also Minderheiten mundtot zu machen. Und um auch andere Positionen abzuwirken. Also ich meine, der Holger Seifert macht ja kein Geheimnis daraus, dass er sagt, ich stehe für große Apotheken, ich möchte große Apotheken. Und ich finde, in so einen Diskurs, den es offensichtlich ja bislang überhaupt nicht gegeben hat, gehört ja genau solche Stimmen hinein. Dass man sich da auch meinetwegen eine blutige Nase holt oder irgendwas, aber dass man das alt ausficht und nicht abwirkt. Was ist denn das für eine Botschaft? Wir brauchen gar keine Opposition. Unsere Linie ist unverrückbar. Richtig, die ist unverrückbar. Ja, genau. Das ist 99 Prozent. Das sind aber auch diese Kammerwahlen, wo nur 30 Prozent wählen gehen. Und am Ende werden die 80 Prozent, die die Liste gewählt haben, gefeiert. Da könnte man auch sagen, ja, die anderen haben längst aufgegeben. Die trauen denen halt nicht über den Weg. Punkt. Das könnte man auch so machen. Nur eins, eins verstehe ich nicht. Woher, woher nehmen die die Energie, das zu tun? Woher nehmen die das Selbstverständnis? Wer erlaubt denen das? Wer mandatiert die, wer mandatiert einen Pressesprecher dazu, so eine Kommunikationslinie zu vertreten und gleichzeitig offensiv keinen Plan zu haben? Also das, das verstehe ich nicht. Kommt das dann aus der Präsidentin oder vom Vizepräsidenten? Ja, ist das, ist das, kommt das aus der Hauptgeschäftsführung? Ja, was passiert da? Ich verstehe es wirklich nicht. Und, und das muss man jetzt auch dazu sagen, wenn man nach vorne guckt, wohin führt denn das, die Organisation? Genau, genau. Das führt doch nicht zu Zusammenschluss, Zusammenhalt und so. So erzeugst du das genau nicht. Das ist das genaue Angst fressen Seele. Ja, du erzeugst Misstrauen und kein Vertrauen. Und du säst Zwietracht. Ja, die säen doch nicht die 1500 Leute, die auf die Straße gegangen sind und die den Aufruf und ihre Apotheken geschlossen haben. Das zeigt doch eher, es gibt eine, es gibt eine Befürchtung und die führt letztlich auch zu Schließungen, weil die Leute, weil die Leute Angst haben, dass, dass, davor, dass sie es nicht schaffen werden. Und da vertraust du doch als Recht niemandem, der andere an den Pranger stellt. Ja, denen kannst du doch nicht folgen. Das ist doch, das ist doch Peitsche. Ja, und du musst ja auch dazu immer im Hinterkopf haben, dass das ja jetzt seit einem halben Jahr die Eckpunkte gibt oder meinetwegen seit einem Jahr. Also es hätte ja nun genug Gelegenheit gegeben, diese Sitzungen einzuberufen, diesen Diskurs zu führen, kommunikative Maßnahmen vorzubereiten, also was im Köcher zu haben für jetzt. Aber das ist, es gibt jetzt seit gestern oder vorgestern Gesundheit sichern, diese Social Media Kampagne, wo dann praktisch Apotheke durchgestrichen ist, gibt es jetzt nicht mehr. Aber viel mehr ist da ja nicht zu sehen. Und es wird gleichzeitig immer noch diese Inszenierung betrieben. Wir sind maximal aktiv, wir sind ganz viel unterwegs, wir füllen unzählige Gespräche. Ich weiß gar nicht, wie glaubwürdig das am Ende des Tages noch ist. Wenn die maximal aktiv gewesen wären, Patrick, hätten die sich nicht von der ABDA-Mitgliederversammlung Ende Juni erst Mittel bewilligen lassen müssen, die sie vielleicht brauchen werden für ihre Kampagne. Die sie vielleicht brauchen werden. Heißt für mich übersetzt, sie haben keinen Plan. Weil sonst hättest du gesagt, pass mal auf, ich brauche dezidiert das und das und das und das. Dann brauche ich diese Mittel, weil ich dann bundesweit plakatieren möchte. Ich möchte Blow-Ups machen. Ich möchte TV-Werbung machen, Radiospots, was auch immer. Gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen hätte ich einen regionalisierten Plan. Alles das scheint es nicht zu geben. Alles das scheint es nicht zu geben. Man fängt jetzt erst an, das war ja auch das Ergebnis dieser ominösen Pressekonferenz, wo man sich zuerst mal nur dafür gefeiert hat, dem Vernehmen nach, dass man acht oder neun Stunden nonstop jetzt ab der Mitgliederversammlung und wie schön es wäre, dass man jetzt da noch Zeit gefunden hätte für ein Pressegespräch, wo sehr viele waren, nur wenig Presse halt. Naja, und ich finde, diese Kommunikation, diese Kampagnenfähigkeit oder diese Kommunikation ist ja wirklich nur ein Aspekt. Also das andere ist ja die Frage, was ist denn jetzt eigentlich die Position? Welche Vorschläge gibt es denn? Oder auch die Frage, wer führt eigentlich die politischen Gespräche? Und wenn du überlegst, dass da seit einem Jahr in dieser Phase diese Stelle nicht besetzt ist, wie kann denn das passieren? Wieso findet man denn da niemanden, der dieses Amt antritt, das sogar Aussicht hat, zum Hauptgeschäftsführer irgendwann ernannt zu werden? Richtig. Genau, das gibt es nicht. Und entweder, entweder, weil es im Ehrenamt ein oder mehrere Personen gibt, die das verhindern, damit sie selber in Berlin die Gespräche führen können, weil sie vielleicht selber glauben, sie sind die Einzigen, die es tun können. Ich sehe ja auch immer nur Gabriele Overweening. Wie gesagt, ich sage es in jedem Podcast, wenn ich über sie rede, ich respektiere ihr Engagement, ihre Arbeit, auch sie als Persönlichkeit, als Person. das steht nicht nur, es sind zu wenige unterwegs. Und wenn man dann noch diejenigen, die sich rauswagen, auch wenn die nicht eine 100% deckungsgleiche Position haben, keine Mehrheitsposition, aber im Grundsatz doch dieselbe Schlagrichtung, aber wenn man die noch diskreditiert und wegbeißt und wegätzt, dann muss man sich auch fragen, welches System agiert da innen und gilt es nicht nur darum, die eigenen Fründe zu sichern, die eigene Machtposition zu erhalten, die auch in den wirtschaftenden Töchtern sich stattfindet. Deswegen agieren die ja genauso und sind da willfällige Gefährten. Die denken nicht an ihre Zielgruppen und an deren Bedürfnisse, sondern denken nur im Sinne dieser einen oder zwei oder drei Positionen, die da anscheinend so viel Macht haben, dass sie sowas induzieren können. Und wenn da die Leute, also wenn das in Zukunft die Politik der ABDA oder der Berufsorganisation sein soll, dann sage ich jetzt voraus, ist die Schlacht, nicht nur die Schlacht, sondern der komplette Krieg verloren. Dann wird der Markt sich deswegen verändern, weil er solche Organisationen nicht braucht, weil die moralisch so verwerflich in Trinsicht agieren, dass sie auch nicht dafür einstehen können, ein gutes Verständnis von einem gut funktionierenden Markt zu haben, der über Versorgung. Also wer sich so ethisch schlecht und moralisch schlecht und verwerflich verhält, der nach meinem Dafürhalten hat, der keinen Anspruch, ein guter Gesprächspartner draußen zu sein. Und da sollten die vielleicht mal wirklich eine Runde drüber nachdenken. Eine Runde drüber nachdenken und das Frappierende ist halt, dass es natürlich jetzt auseinanderbricht, jetzt in dieser Situation, wo es genau nicht gebraucht würde, wo dann die einzige Botschaft ist, wir müssen aber geschlossen bleiben. Also es wäre, es gibt ja so Strukturreformen, kommen wir vielleicht auch irgendwann noch dazu, aber ob dieser Vibe oder wie man es nennen will, ob der sich verändert, das ist in der Tat die Frage. Nun denn, da haben wir uns jetzt drüber ausgelassen, Herr Holstein. Was für eine Bestandsaufnahme, ja. Kleine Bestandsaufnahme, ein kleiner Zwischenspurt. Das wird uns noch den Sommer über begleiten. Dann hoffentlich Inhalt starker als das, was wir zuletzt erlebt haben. Wir werden dazu aktiv beitragen, natürlich unter anderem beim Podcast Nur mal so zum Wissen. Das war nämlich jetzt der Podcast für Pharma und Apotheke. Man darf uns schreiben an post.at Nur mal so zum Wissen.de. Wir werden auch gerne gemocht, lieb gehabt. Man darf uns aber auch mit Kritik zuflastern. Auch das überstehen wir gerne. In diesem Sinne, Tschüss und bye-bye. Ciao. Ja, jetzt haben wir uns aber jetzt rausgelassen, oder? Ach, was für eine traurige Stimmung.